Moin ihr Bagalooten und herzlich willkommen zurück zur Left 4 Dead 2 in, wie auch immer die Map heißt, mit Robert Steffi-Tim! Hi! 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 So, machen wir das mal schnell. Die sind schon ganz voreilig und wollen hier los. Aber auch nur, weil die dieses Mal mehr Zombies killen wollen, als ich. Weil in der letzten Folge, ihr habt's ja gesehen, ich war ja einfach awesome. So, können wir los? Okay, Leute, dann machen wir das mal so. Lass ihn mal vorrennen, lass ihn mal ein paar Zombies töten, damit auch Platz einsteht. Ja, pfff! Ihr müsst ja versuchen, hier endlich mal so hinterher zu kommen. Was ist das denn? Kann ich den denn nicht treffen, oder wat? Ey! Oh, Robert, sorry! Stand ist du da! Du Bostard! Hab dich nicht gesehen! Das ist hier zu dunkel alles, tut mir leid! Ey! Also ganz im Ernst, wer Mitspieler wie euch hat, braucht auch keine Feinde mehr, ne? Au! Nein, natürlich, ich hab die nicht gesehen, es ist zu dunkel hier. Äh, jo, danke! Natürlich! Warum bin ich ein Dauernd? Ganz ehrlich, sag dir das mal bitte! Wow, das geht hier ein bisschen ab, kann das angehen? Und das riecht auch so! Ja, jetzt wisst ihr wie ich das, wie ich mich fühle, ja? Ich geil! Du hast Gefühle? Und mehr als Hunger und Durst? Robert, hör auf mich zu hauen, ey, du blöd Mann! Hab ich's gesehen, ich hab einfach nur auf mich geschlagen! Du merkst! Reloading! Bei dir Falle! Hier liegt noch Katana! Was machst du denn da? Reloading! Joaah, ich hab auch noch einen Katana! Angeln! Kennt ihr nicht das ostdeutsche Angeln? Wisst ihr nicht, wie das geht? So! Du wirst lachen! Ich hab mal Ferien in Polen verbracht, auf so einer Campinginsel! Wir haben so geangelt? Ne, wir haben normal geangelt! Und das coole war, dann kam halt die Russen dann irgendwann, äh, die Polen! Und, äh... Dann waren die Fische weg! Ne, und versuchen dann erstmal die ganze Zeit irgendwie ganz normal zu angeln! Und dann hörst du halt nur irgendwie wildes Rumgefluche! Also ich schätze mal, das war wildes Rumgefluche! Weg da! Weg da! Weg da! Wow! Das klang halt nach wildem Rumgefluche! Und in dem Moment kamen die, äh, äh, sind die kurz weg, kamen dann wieder und haben dann so einen Maschendrahtzaun an der Autobatterie angeschlossen und den vorne ins Wasser gehalten! Ja, läuft! Fisch! Fisch! Biberfisch! Und wir dachten da, ich war da halt mit ein paar Kindern von der Arbeit damals, und die Kinder, alle so große Augen, oh, der Biber, der Biber! Und da sagte der eine Pole halt, schmeckt lecker! Ja! Ihr habt nen Jockey auf dem Kopf! Echt? Wem findet ihr, darf ihn behalten? Hast du ne Mütze auf, oder was? Ja! Hast du die Kurze eingesammelt? Gibt was? Gibt was? Gibt mir so! Ich geh hin! Was möchtet? Ich geh auch hin! Da war nix! Wir sind falsch hier! Ey, wir müssen auf den LKB! Ey, wir hätten da links gemusst! Ich hab's euch gesagt! Ihr könnt alle nicht mit den Navis umgehen! Echt? Ja! Wo ist meine Frau? Da hinten irgendwo! Achso, da wo's brennt! Da wo's brennt! Und wo die Leute schreien! Jetzt weiß ich wieso keine Lebende mehr sind! Wir haben keine Tommy-Schulter, hat meine Frau schuld! Okay! Munition! Nein, Tommy! Hunter! Wir gerade nicht! Ei Karamba, ey! Sorry! Incoming! Habe ich schon abgestützt! Denkt dran, euch wieder Munition zu nehmen! Welche Munition? Ich hab keine ausgegeben! Ich war nur meine 28-Band-Munition von Anfang an! Das hab ich mir irgendwie gedacht! Das ist ja aber scheiße! Einfach nicht richtig mitzuspielen, ne? Ich staubbe Katana! Seht's, was das Spaß macht! Ach! Ihr habt ja Adrenalin gegeben an die Nea! Ich hab sie auch schon genommen! Danke! Ich nehme immer die Spritzen, die mir fremde Leute geben! Das ist gut! Auf irgendwelchen unseren Spielplätzen! Fremde Leute? Fuck! Stop shooting me! Ich hab gerade gelesen, scheiß nicht auf mich! Ich hab mal Feuer gemacht! Danke! Ich habe Feuer gemacht! Reloading! Siehst überhaupt wo es Feuer rein? Hinter uns, ey! Andy! Was denn? Reloading! Höre ein Jockey! Hab ihn gefunden! Reloading! Boomer! Nailed it! Oh, hier kommt... Oh Gott! Oh Gott! Habt ihr gefunden! Aua! Oh! Ups! Entschuldigung! Weiß auf dich, rennt er zu und uns beiden und ich kriecht da! Mich aber auch noch mit! Tim, bleib mal kurz stehen! Glaubt ihr hier kommt Action? Oh! Hier kommt richtig Action! Rechnipp hat ja ab, ich sehe keine Trabel! Move Pitch! Get up the rail! Oh! Zu viele! Ach! Wo seid ihr denn? Hallo! Die hauen mich! Das sind alles Fans! Jar Jar, hinter dir! Nee, Tank! Kannst behalten! Ich versuch's dann mal! Ich lauf! Ich hab' aber gleich auch schon wieder hier... Gesichts... Äh... Gesichts-tot! Ey! Mit stein werfen hier! Hey, trägst mich! Ich komme! Bin unterwegs! Er ist tot! Help! Er ist tot! Help! Habt ihr Tech an Ende getötet? Was seid ihr für... Ja, nee, sag's jetzt mal nicht! Ich belebe hier die ganze Zeit die Leute wieder! Hat jemand irgendwie... HP oder so übrig? Zufällig? Ich hab's ja mein Netz aufgegeben! Noch ein bisschen... Halt! Medikit! Sorry! Du bist ja meine Frau! Die... Hallo! Die hat viel mehr Leben als ich! Ja, jetzt wieder! Ja, stimmt! Hast du das gesehen! Ziehst du? Ja! Sag ich doch! Gut, dass ich meine Brandmunition aufgehoben habe! Für den Tank! Wir müssen da hoch, ne? So, wir müssen da rum! Fertzer! Ich fiege hier so langsam hoch! Alter, was ist mit dem denn kaputt? Spitter! Spitter erlegt! Ab zum Schiff hoch! Go, go, go! Ja, ich bin doch schon dabei! Hinter dir! Auf der Schiff, wo wir verlaufen haben, oder wie? Der wie Gesichtsschritt ist hinter dir! Ich... Ja, ich lauf! Ja, ich lauf so schnell ich kann! Bitte schieß nicht auf mich! Ja, du auch auf mich zu schießen! Warum nicht? Wo wollen wir denn jetzt hin, da? Wir müssen hier hinten hin! Kommt ihr? Oh, Ranta! What the fuck! Wie sie abgehen! Charger! Ich rette euch alle! Auch nur mit FHP! Aber ich mach das schon! Ohohoho! Du siehst richtig Akku! Guter angekotzt! Alter! Wie es abgeht! Äh, fast wie auf einem The Who Konzert! Ohne die Mitglieder von The Who! Und so! Müssen wir hier rüber? Ich höre was! Geht nicht einer! Geht nicht einer! Ohoho! Hutz! Junge! Habt ihr die Bitch gesehen? Welche denn? Welche denn? Schönen Jockey! Aua! Ich hab dich doch nur geholfen! Sorry! Es tut mir leid, dass ich dir weh getan hab! Wow! Noch so ein Fangirl! Hier schreit irgendwo! Ohoho! Ohoho! Ich hab was gefunden! Hab's aber selber erledigt! Hehehehe! Wer die Tricks kennt, kennt die Tricks! Haben wir hier Health und so? Oh! Gesundheit! Wo? Und nun? Du hast du genießt! Haben wir hier irgendwie was? Nee, ne? Hier ist ein Safe-Room, hab ich! Da rein! Safe-Room wird gleich voll sein! Oh Gott, ich bin zu langsam! Ich bin zu langsam! Ich bin tot! Lauf! 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 Kommt rein! Kommt rein jetzt, Mensch! Komm rein! Lauf! Lauf! Mach die Tür zu! Hahahaha! So seh ich nix! Ja jetzt kommt doch mal rein Mensch! Du musst doch töten. So, jetzt! Wollen nicht! Dass ich ansteigen kann! Uhhh! Na, okay, okay, okay! Ich bin aber auf Platz 2! Erstmal wieder Platz 1! Ich, bei Tank. So, alleine mit den Kuschels können wir ja nix für. Guck mal, die Wischung habe ich auch alleine getötet. Ja, alleine, hallo? Wer hat die bitte denn wieder angegriffen? Du? Ach. Ach. Papp an der Papp. Guck mal hier, 66 Nahkämpfer. Ich finde, der gibt ganz schön viel an. Ja. Also, wenn ihr euch noch mal eine Stelle bewerben wollt für den vierten Platz, am besten weiblich und hübsch, dann Bewerbung an Knub at Ich bin die geilste Olle von Welt.de Ey, mach doch nicht ab. Hallo, ich moderiere euch doch nicht allein. Hau doch nicht ab. Mensch. Ich fühle mich nicht wahrgenommen. Hallo, ich bin der Andi und ich bin in dieser Gruppe, damit mir endlich mal jemand zuhört und ich wahrgenommen werde. Hallo, Klaus. Tschüss, Klaus. Mann, ich gehe gleich nach Hause. Du bist zu Hause. Hui, das ging aber schnell. Nee, nicht hier. Haben wir schon wieder eine Selbsthilfe bekommen, oder? Da liegt was. Hier ist niemand mehr zu helfen, befürchte ich. Oh, das kenne ich hier. Das kenne ich. Kasse es. Oh, wird das nicht das mit den fünf Tanks? Ja. Da hat ein Boomer gehört. Das kenne ich. Hier muss man nachher auch so tolle Sachen machen, ne? Ja, aber noch nicht jetzt. Okay, wo müssen wir denn jetzt hin? Erst mal. Erst mal alles sauber machen. Erst mal. Zauber machen. Gut. Hier liegt noch ein Katana. Katana. Bei mir. So, ich bin mal mein Klöppchen. Will jemand ein Katana? So, Schatz. Bleibst du hier mit Andy hier? Bei dem ersten. Robert ist da hinten. Robert da rüber zum zweiten. Ich geh zu mir in den dritten. Andy, komm mal zu mir. Komm mal zu Mama. Nee, ich komm nicht zu dir. Ich wohne da unten hin. Nein, du gehst zu Mama. Oh, ich bin bei meinen. Ich weiß gerade gar nicht, wo ich hin soll. Verziehe dich denn. Ich bin irritiert. Wo soll ich hin? Warte, durch die Wände durch. Andy, ich hole dich ab. Komm mal her, hier. Andy, hier lang. Ach, Mann. Du, nicht so, als wäre ich doof. Oh, ein Vogel. Steffi, hier bin ich. Freu dich mal anders. Schieß doch nicht auf mich. Da war ein Zombie. So, komm mal mit jetzt hier. Million, komm. Ja. Komm, wir gehen spazieren. Da geh ich hin, Schatz. Nein. Ihr sollt beim ersten stehen. Oh. Weil ihr da gleich zur Brücke rennt. Ich bin hier. Und Andy, zurück. Okay. Aber hier sind zwei. Ja. Oh. Was sollen wir da hin? So, seid ihr da? Jo. So, du kommst mal hier hin. Nimmst du hier ein Medi-Pack. Oh, Medi-Pack ist gut. Jo. Von der ersten Zeit. Drei. Drei. Wir drücken halt. Das war taktisch Unklug, den jetzt schon zu werfen, Andy. Nicht werfen. Bitte. Mitkommen. Komm, mitkommen, mitkommen, mitkommen. Aus, Generator. Was sollen wir jetzt machen? Äh, alles töten, was da kommt. Kann ich. Gut. Musste man die Generator nicht eigentlich noch irgendwie füllen? Nein. Nein. Hast du einen Tank gefunden? Warum ich? Robert, lässt du das mal bitte da liegen? Ja. Bastio, hinter uns auf, wie in der Zunge oder so. Wer hat die Pipeter-Pomp da so kacke gesetzt? Ich. Reveve jetzt. Ja. Von oben. Jo, schon weg. Ei, 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 ei. Das hat er dir sein, der mit der Zunge. Und da ist ein Hunter, der voll durchdreht. Ich hab's dir gesagt. Wo ist der? Habt ihr den nicht gesehen? Nein. Schatz, wenn ich hier in der Ecke stehe, seh ich das nicht. Sitze ich hier und bin hier. Kommt ihr wieder zurück, Jungs? Ich wollt mir nur mal schnell... Ich hol nur mal hier schnell was. Ja, fuck. Dankeschön. Also, wenn heilen, dann jetzt, ne? Ich glaub, jetzt ist klug. Ich würde mal sagen... Ich bin nass. Wovon bin ich jetzt nass? Von der Spurka vom... vom... vom Spurka. Nee, aber das war Wasser. Lass mir in der feustes Höschen an. Aber doch nicht auf den Kopf. Wer weiß. Das wäre selbst für mich merkwürdig. Selbst für mich. So, das... Oh, danke. Wo ist er denn? Wo ist denn der? An der Brücke. Oh. Kap heißt da, ist er. Inüber. Oh, Tim. Ich opfer mich wieder für euch, ne? Nee, ihr opfert euch nicht. Einer muss sich opfern. Nein, 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 nein. Du halt mich jetzt mal mit dem Medikitschner hoch. Roger. Ah, nee, ich hab das mit den anderen gespielt. Genau. Mit der anderen Gruppe. Schießt schneller. Schießt schneller. Ist der ein Generator? Oder warum ist die Scheiße? Oh. Ups. Oh, oh, oh. Get up here. Kommen die hier von unten jetzt hoch oder so? Ja. So, fertig? Ja, go, go, go. O drücken. Hase am MG. Hab ich schon. Ich hab schon gedrückt. Was ist hier jetzt? Pats, pass auf, das kotze, das kotze. Weg ab. Ich bin drin. Andy. Immer der helft. Ja, ich bin dabei. Ich hab den Tank im Auge. Grüß, Tabby. Bist du wieder fit? Irgendwer muss gleich mal runtergehen. Okay, ich hab keine Munition mehr und der Tank klettert hoch. Ich geh, ich geh. Hihihihi. Wow. Alter, hat der mir eine verpult, der Sack. Ich hab ein Problem eventuell. Ich wollte das nur erwähnen. Ich sag's doch, ich opfer mich für euch. Zum Gedenken an mich natürlich. Der Schwarz hat sich geopfert. Ach, waren das jetzt nur zwei Folgen? Zwei. Naja, zwei Folgen für mich. Das war ja interessant, war das ja. Guck mal, außer Gefecht. Ich bin auf Platz... Ne, warte. Doch, doch, doch. Ich bin gut. Das ist was anderes. Das ist was anderes. Verbrauchtes Warnzeug. Yeah. Yay. Verbrauchte Molotow-Cocktails. Aha. Aha. Hm. Getötete Boomer. Null. Guck mal. Dann bist du schlecht. Getötete Jockeys. Guck mal. Möhnliche Infizite getötet. Guck mal. 184. Hat am wenigsten Verbündete getötet. Steffi, die Helga, die killt ja nur die anderen. Guck mal. 30 mal. Glauben sie ja nicht. Kopfschüsse. Bäm. Weißt du genau, ich geh von euch ein. Natürlich, aber mit deinem Kanzler rum. Ey, ihr labert ja schon. Mir egal. So, alles klar. Vielen lieben Dank für das Mitspielen, ihr lieben Leute. Auch vielen lieben Dank fürs Zusehen, wenn ihr da überhaupt mal geguckt habt. Und falls ihr bis hierhin tatsächlich noch geguckt habt, dann schreibt doch mal in die Kommentare folgendes, äh, folgenden Kommentar, damit ich weiß, wer es noch geguckt hat. Ähm, Helga ist der Stärkste im Knast. Das ist das, äh, Wunschkommentar für heute. Schreibt es unten rein. Helga ist der Stärkste im Knast. Wir sehen uns in den nächsten Folgen, je nachdem, was es kommt. Vielleicht wird es auch wieder Lef or Depp. Wir wissen das noch nicht. Auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zusehen. Winke, winke. Aber ich bin eine Frau. Ciao und tschüss. Bis zum nächsten Mal.